So, jetzt laufen wir zu City Hall. Die Aussicht ist toll. Die Aussicht ist toll. Ich höre schon raus. Danke. Er hat gerade die Glocken geleitet extra für uns. Weil wir gesagt haben, wir kommen aus Deutschland. Voll süß. Das ist der Hollywood Signs. Du musst da hingehen, ist schön. Warst du schon da? Ja. Kann man gut wandern gehen dort. Das ist die City Hall. 27 sehr stark. Sieht alles schön aus. Sind mit ihr? Ja.